Schulen, Sport, Gastronomie, Urlaube, Altenheime. Wie locker macht sich Deutschland? Welche weiteren Öffnungsschritte wird es geben? Mit Spannung werden die Entscheidungen von Bund und Ländern erwartet, heute in Deutschland. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Nachdem einige Bundesländer bereits vorgeprescht sind, beraten Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten zur Stunde noch über weitere Lockerungsmaßnahmen. Konkret geht es darum, das Erreichte nicht zu verspielen, das Virus unter Kontrolle zu halten. Frank Buchwald berichtet. Und noch beraten also die Ministerpräsidenten und Kanzlerin Merkel. Mit Spannung werden die ersten Ergebnisse erwartet. Shakuntala Banerjee in Berlin. Viele Menschen warten auf eine Perspektive. Mit welchen Lockerungsmaßnahmen ist denn zu rechnen? Die Bundesländer schienen sich ja mit Lockerungsmaßnahmen in den vergangenen Tagen gegenseitig überbieten zu wollen, statt auf eine gemeinsame Linie vom Bund zu warten. Sorgt das in Berlin für Unmut? Ja, es gibt... Die Pressekonferenz beginnt, sind wir natürlich live dabei und schalten direkt nach Berlin. Shakuntala Banerjee, vielen Dank erstmal. Ja, auch der Blick auf die aktuellen Corona-Zahlen stimmt zuversichtlich. Stand vor einer guten halben Stunde sind laut Johns Hopkins Universität... Ja, auch wenn ein leichtes Aufatmen durchs Land geht, diese Corona-Krise war und bleibt nicht einfach. Einige trifft sie besonders hart. Und trotzdem muss abgewogen werden. Wo ist das Risiko, sich anzustecken, besonders hoch? Und welcher Schaden für die Wirtschaft und die Gesellschaft steht dem gegenüber? Experten haben sich in Niedersachsen damit auseinandergesetzt und eine spannende Analyse erstellt, die uns Oliver Dolker vorstellt. Endlich wieder Fußball. Darauf hoffen die Fans, wenn auch zunächst nur vor dem Fernseher und natürlich die Profikicker. Trotz zahlreicher Bedenken erwartet die deutsche Fußballliga grünes Licht von Bund und Ländern für einen Neustart. Am liebsten noch im Mai. Allerdings soll es vor Beginn des Spielbetriebs offenbar eine zweiwöchige Quarantänemaßnahme geben. Michael Pfeffer berichtet. In der Corona-Krise wird gerne nach Sündenböcken gesucht. Es ist die Zeit für krude Verschwörungstheorien. Extremisten verbreiten Hass und Hetze, vermehrt auch gegen Juden. Auch schon vor der Pandemie ist die Zahl von antisemitischen Übergriffen angestiegen. Wie stark und wo besonders, das zeigt eine deutschlandweite Studie der Recherchestelle Antisemitismus, die heute in Berlin per Videokonferenz vorgestellt wurde. Roman Leskova. In dieser Corona-Krise und vor allem bei diesem schönen Wetter zieht es die Menschen raus in die Natur. Wie gut, dass nun auch der Botanische Garten in Berlin wieder komplett geöffnet hat. Einfach hingehen ist allerdings keine gute Idee. Um die Besucherzahlen zu begrenzen, gibt es Online-Tickets mit festen Zeiten. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Henriette de Maizière war für uns dort im Blumen- und Pflanzenparadies und hat uns einen Strauß wunderschöner Bilder mitgebracht. Also raus und den Frühling genießen, das Wetter spielt mit. Das war's von uns. Sobald die Pressekonferenz zu den weiteren Corona-Lockerungen beginnt, sind wir live für Sie dabei. Also bleiben Sie auf jeden Fall dran. Stets auf dem Laufenden sind Sie natürlich auch auf heute.de. Am Abend senden wir zudem ein ZDF-Spezial zu den weiteren Öffnungen um 19.25 Uhr. Ihnen noch einen schönen Tag heute in Deutschland. Untertitelung des ZDF-Speziales